Äh, äh, jeee. Willkommen zurück zu Fortnite auf der Nintendo Switch. Ja, Brüdingos, was geht? Ähm, ein wunderschöner Samstagmittag euch allen, ja. Ich, ähm, bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen Vorrat aufzunehmen für die nächsten beiden Tage, also für heute und, äh, morgen, denn ich hab's, glaub ich, vor einigen Tagen schon mal ein bisschen vertellert. Und, äh, ich bin Samstag nicht zu Hause. Und das ist, äh, im Hinblick auf Custom Games zwar relativ schade, aber, ähm, die letzten Tage hab ich so oft die Streams durchgeballert, da kann man sich ja auch mal einen Streamtag freinehmen, Arminakoi. Äh, äh, Arbeit. Äh, lol, das ist doch keine Arbeit, Kai. Äh, äh, freinehmen. Ich weiß, was ihr meint. Ich versteh, was ihr sagen wollt. Aber das Ding ist so, naja. Ich bin heute auf einem Geburtstag eingeladen und, äh, dahingehend, ja, kann ich heute leider keine Custom Games mit euch machen. Aber morgen, wenn ich wieder nach Hause komme, könnt ihr auf jeden Fall davon ausgehen, dass ein Stream zu Custom Games angeschmissen wird. Sollte ich Custom Games bis dahin noch haben, das große Problem ist, ne, und da können wir heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Bis wann gehen eigentlich die Custom Games? Ich habe, um mal ganz kurz hier zur Antwort zu kommen, gar keine Ahnung, wann die Custom Games enden für die, äh, Creator. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es noch irgendwie bis nächste Woche geht. Es kann aber sein, dass es, äh, zu dem Zeitpunkt, an dem ich nach Hause komme, nicht mehr funktioniert. Ähm. Ich habe dahingehend keine Benachrichtigung bekommen, wann es zu Ende sein wird, oder ich habe dahingehend... Oioi. Ich habe dahingehend, ähm, von Epic Games kein Statement bekommen, von wann bis wann die Custom Games gehen. Also von daher müssen wir das halt so lange auskosten, wie es halt eben geht. Und, äh, ja, das dazu. Vielleicht wisst ihr dahingehend ein bisschen mehr, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr irgendwie von einem anderen Creator ein, äh, Statement gehört, dass der gesagt hat, ja, bis dann und dann gehen die Custom Games. Aber ich persönlich kann euch nicht sagen, was wann die Custom Games gehen. Aber, solange wir sie haben, werden wir sie auf jeden Fall, äh, benutzen. Und auskosten. Real Talk. Das ist so das Ding, also... Solange ich die Funktion habe, mit euch Custom Games zu machen, wird das auch quasi... Jeden Tag im Stream, sofern ich, äh, streamen kann, ausgekostet. So. Ja, und das ist doch eigentlich schon so das Wichtigste, ne? Äh, 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 Charli-Bruz. Äh, jäh. Äh, äh, jäh. Äh, jäh. Ach, er hat eine Schatzkarte. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Oioi, Gönjamin. Danke, Mann. Ach, äh, äh, Charli-HD, Alter. Ehren-Bruz. Hehe, Mois. Ja, also das dazu, ähm, ich kann euch leider nicht sagen. Einfach, weil ich es nicht weiß, wie lange die Custom Games gehen, aber... Lasset euch gesagt sein. Wir werden das Ganze so lange auskosten, wie es halt eben auch, äh, zeitlich funktioniert. Sie wissen Bescheid. So, hier ist irgendwo eine Truhe. Ist die unten? Ja, die ist unten, alles klar. Hm. Ja, ansonsten, was, was geht sonst noch so ab? Wie gesagt, heute bin ich auf einem Geburtstag. Ich bin, äh, eingeladen worden. Ach komm, wir suchen mal den Schatz. Ist ja eh grad kein Gegner hier. Also in dem Sinne, Mois. Alter, sau viele große Schildtränke. Was ist denn hier los? Brutinius. Ich werde heute, wo ihr das Video seht, bin ich schon längst losgefahren, aber ich werde so gegen 11.58 Uhr losfahren. Und, äh, bin dann um ungefähr 14 Uhr beim, äh, guten Justin. Beim, äh, Solo. Und feiert dort halt seinen Geburtstag nach. Er hatte am, ich glaube, Donnerstag war es, am 4. April. Müsste ja der Donnerstag gewesen sein. Geburtstag gehabt. Und heute feiern wir das halt eben nach. Ja, und das, äh, ist auf jeden Fall nice. Das wird heute ein lustiger Abend. Bin ich mir sehr sicher. Mhm. Und ich glaube, ne, wenn jetzt einige Leute verstanden haben, worum es geht, warum ich heute nicht streamen kann, ich glaube, da könnt ihr das verstehen. Ich hab auch ganz kurz überlegt, ehrlich gesagt, dass ich, dass ich heute Morgen, ähm, einen Stream anschmeiße. Aber ich hab halt schon alle Videos soweit hochgeladen für heute und morgen. Und, ja, da ist das halt, da ist halt das Ding, ich hätte vielleicht noch einen Stream zwischenschieben können, aber wär halt schade um die Videos gewesen, die ich halt, ähm, schon hochgeladen hab und so. So, wisst ihr. Aber prinzipiell hätte ich heute Morgen so ne, ne Stunde streamen können. So viel Zeit wäre noch gewesen, auf jeden Fall. Ach, Bruder. So. Keine Pumpgun hier, oder was? Ey, einfach keine Pumpgun. Hauptsache zweimal der Ska und zweimal... Junge, dein Ernst? Hehe, je, hee, je. Ja, Mois. Okay, das ist für mich. Aber es ist einfach zwei, zwei Scars und zwei P90s in Gold und, äh, ein Chuck Chuck. Wow, Bruder, dankeschön, damit kann ich ja sehr viel anfangen. Vielen Damen. So, ich muss aber jetzt ganz kurz zu meinem Lager, weil ich hab da noch die, die Tränke liegen gelassen. extra für die Schatzkarte und die Schätze. Den Chuck Chuck hätte ich mitnehmen können, prinzipiell, aber ich dachte mir, ne, komm. Das, äh, das braucht's jetzt nicht unbedingt. Und ich hoffe, die stehen da noch rum, die, äh, Minis. Bruder. Ach, Junge. So, wo sind meine, wo sind meine Tränke? Wo sind meine Tränke? Hallo? Waren die oben? Ne, hier. Mois. Danke sehr. Ich glaub, die hat jemand benutzt. Wer hat die benutzt? Äh, Sirius? Ist der hier oben? Ist der hier oben? Der muss doch hier oben sein. Ach, ne. No Skin Boots. Hallo, äh, umdrehen jetzt. Oh, sorry. Äh, äh, okay. Brudinius. Brudinius. Ich könnte auch die ganzen, äh, Biggies, äh, mitnehmen eigentlich, ne? Komm, wisst ihr was? Das machen wir. Ich hab hier so viele Biggies gesehen. Dann wäre ich jetzt schon wieder auf 100. Und auf 180, wenn, äh, ich mir die nicht reinrendern kann, Amunakoi. So, aber so langsam kommen die Kills. Das schmeckt. Geht mir auch langsam auf den Sack, dass das hier nicht so, äh, schnell läuft, wie ich mir das vorstelle. Lacki noch ein großer Schilddrank? Nein, okay. Ja, ich glaub, den letzten hat man sich irgendwie reingesnackt. Oder es kann halt noch sein, dass oben einer ist. Ich mein, ich hab hier oben noch einen liegen gelassen. Aber wie gesagt, es kann halt sein, dass den jemand sich schon... Ah! Danke, Brudiniusso. Danke, Mann. Ah, da haben wir den nächsten Gegner. Kommen Sie heran? Ich glaub, ich geh mal nach oben. Da geht grad anscheinend mehr Action ab, deswegen geh ich mal nach oben. Komm, let's go. Ja, aber wie gesagt, ein Stream wäre heute eigentlich drin gewesen, aber ich wollte jetzt nicht so auf Teufel kommen raus, eine Stunde streamen, um eine Stunde zu streamen, wisst ihr? Das, ähm... Nein. Ich hätte es machen können, ich hätte spontan Zeit gehabt, aber das war jetzt nicht so in meinen Planungen drin, deswegen heute, äh... Leider kein Stream. Aber morgen auf jeden Fall. Und es werden euch eh heute und morgen ziemlich coole Videos erwarten. Oder es haben euch schon coole Videos erwartet. Erstmal natürlich Brawl Stars heute, 10.30 Uhr. Ich hoffe, ihr habt reingelunzt. Und, äh... Morgen gibt's ein Comeback von Splatoon 2. Morgen kommt kein Fortnite-Video, aber dafür kommt ein Video von Splatoon 2 online, in 2019. Würde mich freuen, wenn ihr das, äh... Mal... Wenn ihr morgen mal reinschaut. Ich habe mir ehrenlos gegönnt. Ah, wirklich ehrenlos. Ich habe es mal wieder aufgenommen seit, ähm... fast einem Jahr. Also, das Online-Projekt ist, glaube ich, im April letzten Jahres zu Ende gegangen und seitdem habe ich halt nicht mehr groß was gemacht, aber... Seitdem irgendwie. Ach, kommen sie heran. Danke. Immer das Gleiche. Ist ein Gegner drin, wenn ich glaube, ne? Ah! Ja, das war ein Gegner. Ah, ha, ha, Mulm! Mulmhausen, meine Bruts! Mulmhausen, habe ich gesagt! Ja, Moin! Ja, das schmeckt. Oh, ein Ravenskin. Raven-Bruz. Ja, Moin! Ah! Ah! Okay. Ja, natürlich, ja. Ach, dieser Tanz. Raven-Erenbruts. Ist einfach Fakt. Oh, da ist noch, äh, hier ein bisschen, äh, Munition hier. Mhm. Okay, da haben wir zwei Gegner. Komm, wir machen mal so. Hit! Ah! Ich habe trotzdem den Kill bekommen, weil ich in den letzten 30 Sekunden berührt habe. Ruf mich an! Lull! Sehr schnell verstecken. Kurz mal hochreilen. Mhm. Dieser Scheiß-Raketenwerfer-Typ, ey. Ehrenlos. Nicht so wie Raven, der besitzt maximale Ehre. Muss man mal ganz klar hier, ihr sagt haben. Aber jetzt sieht der gerade ganz gut aus für uns. Haben schon die 60 Punkte full gemacht. gekriegt. Ah! Wah! Ach, Sirius! Alles klar, natürlich kann er so schnell die Waffe switchen. Wenn ich ein Raketen dafür benutzt hätte, und direkt danach zu der Papp gegangen wäre, hätte das erstmal drei Jahre gebraucht, bis es, äh, geswitcht worden wäre, ne? Abklingzeit und so. Aber kein Ding. Er darf das. Er darf das. Also es ist halt Real Talk, ne? Bei mir hat es halt wirklich so lange gedauert. Ja, typisch Fortnite, Alter. So, sind da noch die Tränke? Ich hoffe. Ja, der... Kleines Schildtrank ist noch da. Der große auch. Okay, warte. Das rennen wir uns kurz rein. Und das schmeckt. Ja, das schmeckt aber auch. So, und einen ziehen wir uns auch noch so rein. Mhm. Was lohnt sich jetzt mehr? Ja, natürlich der große, ne? Was ist das hier für ein Quiz? Ist das hier Mathe für Anfänger, oder was? Buh. 25 Leben gegen 50 Leben. Was ist besser? Gute Frage, Sirius. Oh, hallo. Los geht, Bruts. Aufpassen. Hauen sie herein. War das ich da mit dem Raketenwerfer? Miststück. Ich hab dich, äh, zerlegt. Meddelhausen. Bruts. Äh, je. Mulm. Ah, Nosekin Bruts, Alter. Ehren, Sirius. Äh. Äh. Nosekin. Bruts. Was fällt hier eigentlich ein? Aufpassen, hab ich gesagt. Wird mal geaxt, wenn es sein muss, ne? Okay. Okay. Warte kurz. Hier ist doch, hier ist doch Medikit irgendwo, ne? Ja, ja, guck mal da. Dann nehmen wir das doch kurz. Und das schmeckt. Wem, mich killt jetzt jemand? Während ich hier drin schille. Wer? Ich glaub, da ist wirklich jemand. Naja. Ähm, abschließend, ja ihr wisst, heute leider kein Livestream. Aber es erwarten euch noch genügend Videos für heute und auch für morgen. Ähm. Morgen kommt auch wieder endlich eine Folge Minecraft Battle Royale. Um 10.30 Uhr. Und was macht der Ballon da oben bitte so alleine? Was ist los mit dir? Aber ich hab's endlich mal wieder geschafft, eine Folge. Mulm. Äh. 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 Ein Buschbrutz. Äh. 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 Okay. Das schmeckt. Aber ich hab's wieder, ich hab's wieder mal geschafft. Eine Folge Minecraft Battle Royale für euch aufzunehmen. Komm, der letzte Kill gehört mir. Nein. Egal, 12 Kills. Äh, ich glaub ich war gar nicht so schlecht, oder? Ja doch, ich war gar nicht so schlecht. Ja, ja, ja. War auch nicht so schlecht, aber. 12 Kills. Das ist doch, äh, im Durchschnitt. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen gibt's den nächsten Custom Game Stream. Würde mich freuen, wenn ihr da mit am, äh, Stinsel sein würdet. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und Feierabend. Und wer mich in Fortnite supporten möchte, kann das gerne tun. RandomKiHD im Item Shop eingeben. Und, äh, supporten. Vielen Dank im Voraus und hauen sie hinein. Äh, jeee.